Dabei handelt es sich um freundliche Kräfte, endet. Bravo, so verstanden, endet. Soldat Lusches meldet sich für zwei Minuten ab. Alles klar. Na denn? Ist das fit? Wir wackeln da, es wackelt dann oder so. Kann ich, wenn ich so ganz schnell runter gucke, meine Waffe auf mein Knie auflegen. Oh mein Gott. Alpha für Bravo kommen. Bravo hört. In Anbetracht der neuen Informationslage wird die Durchkämmung der Küstenlinien und östlich der Killfarm abgebrochen. Wir werden wieder in die Stadt einrücken, kommen. Bravo, so verstanden. Sollen wir auch mitfogen, kommen. Von Osten den Gebäuden annähern und dann mit uns zusammen die Stadt Haus für Haus noch einmal durchkämmen, kommen. Bravo, so verstanden. Wir sichern die Stadt von Südost nach Norden durch, kommen. Auf, so verstanden. So. So, dann Schützenrudel wieder einnehmen, Lusches schließt gleich auf. Ich habe nicht die Position 1, ich stell mich jetzt hier an den Fahnenmasken und stelle es für mich auf. Gut, dann sind wir das weiter. Äh, Reihe, Entschuldigung. Wollte ich nur sagen? Nein, Reihe, Reihe. Schön an der Straße entlang, so wie wir auch angerückt sind. Bad Red, rechts eins. Rechts dritter. Links dritter. Ich mach rechts zwei. Ja, dann alle in Position. Okay, so, wer ist, äh, wer ist links eins? Ja, ich. Alles klar, dann Formelow Bad Red, ihr habt die Führung. Bzw. Bad Red ist vorn, äh, Bad Red ist ganz vorne, er hat die Führung. Verstanden, ähm, Gruppe los. Bzw. Bad Red. Vielen Dank. Zivilist links im Haus, Vorsicht. Ja, aber verstanden. Zivilist links im Haus. Bravo für Alpha, kommen. Rise, mal bereit machen, da eine Gabe reinzudrücken. Alpha hört. Wir haben im erstrotgedeckten Haus von Norden kommend unsere Angriffsrichtung ein, naja, ein Geistersoldaten. Steht in der Tür, guckt um die Ecke. Dazu einmal für Alpha volle Deckung, wir geben deine Gabe rein, vielleicht bewegt er sich an. Kommen. So, verstanden. Alpha beginnt volle Deckung. Volle Deckung, verstanden. Ziel erfolgreich bekämpft. Vermutet in dieser Feindrichtung, in dieser Richtung noch Feinde. Wir befinden uns am Nordende der Stadt, bitte einmal eine präzisere Information über den Feindkontakt kommen. Die Straße entlang Richtung Westen, Richtung Tankstelle, dort rechte Seite der Straße, erstes rotgeziegeltes Haus, korrigiere, erstes rotgeziegeltes Haus aus Westen kommend, zweites rechte Seite. Ein Kontakt bekämpft, vermute mehrere Feindkontakte in die Richtung, werden weiter fortfahren, das Dorf aus unserer Richtung sichern. Kommen. So, verstanden. Wir werden von Norden bis zur Kreuzung vorrücken, dort Häuser erneut durchkämmen und dann nach Westen abbiegen, um bestätigten Feindkontakt zu überprüfen. Kommen. So, verstanden. Lassen Sie äußerste Vorsicht halten. Für Glück, Wegas Ende. Die haben, glaube ich, seit Toxik gehört, die mir gesagt wird, die sagt, dass der so komisch ist, dass der so komisch ist, dass der so komisch gewesen ist. Die Vermutung habe ich auch, aber das ist gut, das ist trotzdem. Nein, das war ich nicht. Langsam weiter rück. Verstanden. Tut mir leid. So, ganz allemal weiter. Wir kommen gleich, der erste auf der linken Seite kommt gleich an der blauen Tür an. Ja. Jawohl. Ja, ja. Wer ist links 2? Ich. Achtung, Zivilisten. Zivilisten, ja. Badred, bist du an der Kreuzung? Jawohl. Alles klar, ich löse dich an der Kreuzung jetzt ab. Wer ist, äh, Lucius, komm mal nach vorne. Du sicherst mit Badred das Haus hier zur rechten, zweistöckig. Noch einmal komplett durchkämmen, wenn sich da wieder einer reingeschlichen hat. Verstanden. Bereit? Ja. Okay. Ja, bleibst du mal geduckt? Jawohl. Linke Seite der Formation langsam weiter. Ihr kommt an einer Graze vorbei und samt in einem weiteren Haus. Sicher nach links. Der erste in der Formation wird auf der Straße bleiben. Links sicher. In der Formation gehen wir in das Haus rein. Okay, raum sicher. Der Balkon dürfte sicher sein. Verstanden. Nicht sicher nach rechts drüber. Sicher nach links. Links sicher. Ja, rechts sicher. Verstanden. Hier ist nix. So, linke Seite, zweiter Mann. Du hast aus einer Haus gerade gesichert. Du gehst jetzt in die zweite Tür rein nach oben. Genau. Checkst das auf. So, dritter Mann links. Du gehst an dem vordersten Mann in der linken Reihe vorbei. Und in das Haus zur Linken. Ach, freundlich. Komm raus. Bravo. Gegen. Okay, Badred und Lucius. Auf der mir gegenüberliegenden Seite der Kreuzung befindet sich ein kleines, zweistöckiges Haus mit einer Frontterrasse, ein Überdachten. Ja. Einmal rüberspringen und das Haus unsicher. Verstanden. Verstanden. Ich bin hinter dir. Ich springe. Ich springe. Beschuss, Beschuss, Beschuss. Achtung. Seger Surrey. Kein Kontakt eliminiert. Reiß hört. Geh nach oben. Zurückziehen zu den 2. 2-stöckigen Häusern aus Mauerwerk. Wir warten dort auf sie. Stoßen sie zu uns Ende. Verstanden. Bravo für Alpha. Kommen. Es sind noch bei der Sicherung. Sicher. Alpha hört. Wir unten jetzt zu Ihnen vorstellen, Sichtkontakt her, dann weitere Informationen kommen. Ja, verstanden. Wir haben einen Feind mit weiteren, äh, ein Haus mit weiteren Feinden ausgemacht und den Generalbüter als eliminiert. Wir haben einen Verlust kommen. Ja, Mann. Okay, ja. Ja, Mann. Jawohl. Ja. 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 Die beiden. Die beiden Leute auf der linken Seite. Der Grenadier und der zweite Mann in der Reihe kommen. Die gehen jetzt in das linke Haus rein, wo ich Dauertag eben reingeschickt habe. Achtung, da sind Feinde. Sie haben ihn erschossen. Wo sind Feinde? In dem Haus gegenüber. Achtung, Position halten. Ich ziehe auf Füße. Danny, du ziehst hinter den zwei nach, um Dauertag zu retten. Verstanden. Lucius, du deckst das Haus. Bad Red, du kommst über die Straße wieder zu mir. Verstanden. So, Bad Red in Position. Ja, du deckst die Straße Richtung Norden, falls von der Seite doch noch irgendwas kommt. Richtung Norden, verstanden. Rücken an Rücken mit mir. Perfekt. Achtung, Bravo, Sichtkontakt hergestellt. Position halten, wir sichern das Haus. Aus dem Leben oben, ja. Ich bin in Brüchsein hier. Achtung, ich bin in Brüchsein hier. Achtung, ich bin in Brüchsein hier.